Mitten in Europa wurde im vergangenen Jahr der slowakische Investigativjournalist Jan Kutschijak ermordet. Die Slowakei, aber auch Tschechien und Serbien tragen laut Reporter ohne Grenzen maßgeblich dazu bei, dass Europa eine der Regionen ist, in der sich die Lage für Journalisten am stärksten verschlechtert hat. Weltweit haben immer mehr Journalisten Angst bei der Arbeit. Es hat sich etwas insofern strukturell verändert, dass wir tatsächlich in etablierten Demokratien Pressefreiheit bedroht sehen. Und das ist eine Entwicklung, die wir nicht erst in diesem Jahr beobachten, sondern die sich fortsetzt. Doch es gibt auch einige Länder, in denen sich die Arbeitsbedingungen für Journalisten verbessert haben. Ganz besonders in Afrika. So hat sich Äthiopien um 40 Plätze verbessert. Das liegt daran, dass es einen Präsidentenwechsel gegeben hat in 2018. Und der hat dafür gesorgt, dass sämtliche inhaftierten Journalisten und Blogger freigelassen wurden. Das heißt, Ende 2018 war da keiner mehr in Haft. Außerdem gab es Medienseiten, Nachrichtenportale, die lange Zeit blockiert waren. Die wurden wieder freigegeben. Angeführt wird die Rangliste der Pressefreiheit von Norwegen, Finnland und Schweden. Deutschland liegt beinahe unverändert auf Platz 13. Schlusslichter sind Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017